Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Wolke 7 von Jesus in der Vinyl Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Vinyl Inhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Vinyl, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Wolke 7 von Jesus, das Ganze nicht nur als CD, als Box und auch als digitaler Download erschienen, sondern eben auch als Vinyl Edition. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. So. Und dann lesen wir hier noch, bevor wir die Folie entsorgen, haben wir noch einen Sticker auf der Folie und zwar lesen wir hier Jesus Wolke 7 Vinyl, 45 inklusive Download Voucher. Sehr schön. So, also, was mir richtig gut gefällt, wir haben hier einmal dieses Alternativ-Cover, beziehungsweise dieses Zweit-Cover zu Wolke 7 und zwar haben wir hier Wolke 7 in Schriftzug, dann haben wir Jesus auf der Wolke sitzend mit Schusswaffe und Alkohol und darunter lesen wir Chases 187 Straßenwande. Und dann haben wir auf der vermeintlichen Rückseite, dort hat sich auch der Sticker befunden, Wolke 7, Chases, dann das eigentliche Cover, wie wir es kennen, hier oben ohne mit Sturmhaube und dann rechts in der Ecke haben wir auch noch einen Barcode. Auf jeden Fall top gemacht, es gibt in dem Fall keine wirkliche Rückseite, auf der man zum Beispiel die Tracklist oder anderweitige Infos findet, sondern wirklich diese beiden Cover, gefällt mir von der Aufmachung sehr gut. Und hier auf der Seite lesen wir dann auch nochmal Chases 187 und Wolke 7. Gut, nachdem wir das alles zur Kenntnis genommen haben, schauen wir mal hinein, das Ganze geht dann hier auf und zwar haben wir hier einmal auf der linken Seite Chases abgebildet, allerdings ohne Sturmhaube und auf der rechten Seite haben wir die Tracklist und hier eine Schusswaffe mit entleertem Magazin und Patronen und auch die Sturmhaube ist wieder am Start. Wir haben 13 Tracks und zwar haben wir hier einmal in dieser Liste aufgeführt, wer die ganzen Features und auch die Produzenten sind. Wir haben mit diesen 13 Tracks Features von Trettmann, Bones am See, Alex, nochmals Bones, Maxwell, Ufo361 und meines Wissens ist auch RAF irgendwo dabei, auch wenn ich sein Feature jetzt ehrlich gesagt nicht entdecken kann. Ich glaube das war dann auf der Bonus-EP, also in der normalen Tracklist RAF Feature nicht mit dabei. Und dann haben wir hier unten, lesen wir auch nochmals Rap, also Chases, Bones, Maxwell, Alex, Trettmann, Ufo361 und dann auch die entsprechenden Beat-Produzenten. Sehr schön. Dann haben wir hier noch die ganzen Credits zum Album, beziehungsweise wer sich für die Fotos und für das Artwork verantwortet und hier nochmals Chases 187 Straßenbande. Okay, dann schauen wir mal hinein und zwar haben wir hier auf der linken Seite die erste Vinyl und auch einen Download-Voucher, also so einen Download-Code. Und so sieht dann die erste Vinyl aus. Die kommt in einer Hülle, aber nicht in schlicht weiß oder schwarz gehalten, sondern hier wirklich schön gemacht. In diesem Design, wie auch schon die Shirts, die in der Box dabei waren. Schönes Design. Auf der Rückseite nochmal in schwarz und weiß das 187 Straßenbande-Logo. Die Vinyl ist dann klassisch in schwarz gehalten und zwar lesen wir hier 187 Wolke 7 Gizzes, A- und B-Seite, also drei Tricks auf der A-Seite und nochmals drei Tricks auf der B-Seite. Auf der Rückseite 187 Straßenbande. Machen wir mal wieder rein. Und dann haben wir natürlich noch eine zweite Vinyl und diese kommt auch wieder in so einer Hülle und diesmal in schwarz das 187 Straßenbande-Logo beziehungsweise diese Seite. Und das Ganze geht dann auch wieder oben auf, jawohl. Und hier lesen wir C- und D-Seite, also die C-Seite mit drei, mit vier Tricks und die D-Seite mit drei Tricks. Und auch hier lesen wir dann wieder 187 Straßenbande. Sehr schön. Und zusätzlich zu diesen beiden Vinyls, zu dieser Doppel-Vinyl, bekommen wir dann noch das hier und das ist dieser angesprochene Download-Voucher, also dieser Download-Code. Und zwar, ich halte ihn jetzt mal zu, bekommen wir hier einen Download-Code. Hier steht dann die Anleitung, wie man den entsprechend einlösen kann. Und mittels dieses Download-Codes kann man sich das Album dann in digitaler Form als MP3 runterladen. Praktisch, dass das mit dabei ist, ist ja bei den Meißmenüs der Fall, da ja viele Leute keine Plattenspieler mehr haben oder dass sie das Ganze auch zusätzlich eben in MP3-Form haben. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Vinyl Edition befindet. Einmal die erste Vinyl mit A- und B-Seite und dann die zweite Vinyl mit C- und D-Seite. Insgesamt kommen wir dabei auf 13 Tracks, die sich auf diese beiden Vinyls verteilen. Und zusätzlich erhalten wir noch diesen Download-Voucher, diesen Download-Code zum MP3-Download des Albums Wolke 7. Das alles in dieser wunderbaren Vinyl Edition Wolke 7 von J-Zus. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Vinyl? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr J-Zus unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt euch auf. Ciao.